Da ist nichts außer endlos graben Nebel. Das ist nicht das Leben nach dem Tod, das man mir versprochen hat. Wie ist es bisher noch nicht? Meine Freundin hier ist eine Gaunen-Ernterin, sie wird dir helfen, einen Weg zu finden. Wie du noch herausfinden wirst, gibt es noch eine Menge mehr, was man dir über das Leben nach dem Tod niemals verraten hat. Was hast du denn erwartet? Irgendetwas, jede Menge fette Beute, Wärme, Glück zum Beispiel. Stattdessen komme ich mir noch immer völlig durchnässt vor und ich bin völlig durchgefroren. Hm, du seemst zu wissen, wo du gehst. Hm, du scheinst ja genau zu wissen, wovon du gehst. Die Seele verschränkt die ätherischen Arme vor der nicht weniger ätherischen Brust. Wächter, du rierst mit deiner verlorenen Seele, richtig? Ich zeige ihr nur das Licht ganz schnell. Die Laterne klirrt, als Soti sie übereichwicht zwischen euch beiden schwenkt und die Essenz des Geistes damit einfängt. Äh, ja. Habe jetzt ein ordentliches Gewicht vor in meiner Laterne. Welche Schwinge kommt es mir so vor, als könnte ich die Seele hören? Wie fühlst du dich? Hast du es in letzter Zeit irgendwelche Albträume? Wie kommt es, dass du zu einer Anbieterin des Gaunen wurdest? Mehr als eine des Eotas? Was denkst du über Eotas? Solltest du als Priesterin so viel fluchen? Ich schätze nicht. Sie grinst breit und selbstbewusst. Aber ich kann nichts dafür, dass ich etwas eigensinnig bin. Ich treibe es nicht so weit. Meine Mama hat mich einmal erwischt beim Knutschen in den Dunkelbärensträuchern. Und ich raufe natürlich. Aber mehr habe ich nicht ausangestellt. Und richtig schlimme Wörter benutze ich nicht. Sie schütteln in einer Art hilflosen Geste ihre Sichel herum. Manchmal stürzen die Gefühle einfach so aus mir heraus. Götter, verdammt es. Sag mir, was hast du auf dem Herzen? Wie fühlst du dich? Hattest du in letzter Zeit irgendwelche Albträume? Das habe ich neulich mit dir. Du bist in den Tiefen des Meeres gewandelt, doch du bist nicht ertrunken. Und in deiner Hand hast du den Schlüssel zu Eoras Ende. Ihr Gesicht leuchtet grimmig auf. Ich habe Sterne gesehen, die den Kranz auf der Stirn einer Statue bilden und sehen, die wie Tränen über Schimmern der Adra fließen. Und dann ist mein Gott miteinander das Herz des Sturms hineinmarschiert, dorthin, wo er die Dunkelheit finden konnte. Wie kommt es, dass zu einer Anbieterin des Gaunwurts mehr als einer des Eoras? Meine Familie, man könnte sagen, dass sie keine typischen Eorotasianer sind. Klar, sie hängen mehr am Licht als am Dunkeln. Aber der Krieg, er traf meine Familie und er veränderte sie. Einige sind dabei umgekommen, aber das weiß ich nicht aus erster Hand. Sie schnieft. Die anderen wurden hart, wurden zu Überlebenskünstlern. So viel, wie habe ich mit eigenen Augen gesehen, selbst Jahre später. Das beantwortet meine Frage nicht. Gibt es andere wie dich? Andere Gauntier da draußen? Das beantwortet meine Frage nicht. Meine Tante hat mir vom Zyklus des Lebens erzählt und vom Tod, wie alles etappenweise passiert. Auf vorwärts oder rückwärts, vom Samen zum Verwelken bis zur neuen Geburt. Das sind alles nur Etappen der Existenz und des Gleichgewichts, siehst du? So lernte ich zum ersten Mal von dem Stück Gaun innerhalb von Eorotas. Sie gibt ein großes Selbstbewusstsein und fröhliches Grinsen. Danach lasse ich sämtliche Lehren des Gaun. Alles, was ich in meine Finger bekommen konnte. Zum Beispiel. Die zwölf Bücher von Nirvid und die Epistel der kleinen Propheten. Viele davon sind heute nicht Teil des Kanons, aber das heißt nicht, dass sie falsch sind. Sie verschränkt ihr Arme mit einem verkniffenen Gesichtsausdruck. Es ist Tradition für die jüngste Kind, die Priesterschaft des Eorotas aufzunehmen. Es ist Tradition für die jüngste Kind, die Priesterschaft des Eorotas aufzunehmen. Traditionell muss das jüngste Kind die Priesterschaft des Eorotas aufnehmen. Nur ich habe es auf meine eigene Art gemacht. Gibt es andere wie dich, andere Gauniter da draußen? Natürlich, aber wir sind wenig und weit verstreut. Die meisten bleiben nicht bei Tempeln, Seen, Begleiten, Heißdreißen. Ehe da Nicodun zwinkert. Das meiste lernte ich durch Lesen. Jeder Text, der von Gaun handelt, die ich in meine schmutzigen Hände bekommen konnte. Ich bekomme den Eindruck, dass nichts so recht zu den anderen Dämmungssternen passt. Ich schätze, dass es das Wesen des Lichts, das die Dunkelheit übertreffen will, aber so ein Gleichgewicht kann es nicht geben. Mit gesenktem Kopf betastet sie nachdenklich ihre Sichel. Und es ist nicht so, dass Nacht und Tod schlecht wären. Ja, das tun sie. Ja, ich war ja schon mal tot, ganz am Anfang. Ich war schon oft genug tot. Ich war in meinem vorherigen Leben tot. Ich habe sogar Thaos in meinem vorherigen Leben gedient und war danach tot. Vor dem, was natürlich ist, muss man sich nicht fürchten. Das Leben ist nicht eine lange Linie, es hat Zyklen. Man muss das alte abwerfen, um das neue zu werden. Sie schüttelt den Kopf. Da reden wir von was anderem. Kein Grund, um den heißen Breit zu reden. Ich höre zu. Was sagst du über Eotas? War das während dem Krieg des Heiligen oder nachdem er gestorben? War das während dem Krieg des Heiligen oder nachdem er gestorben war? Sothi tippt einen Finger vor ihrem Mund und summt gedankenvoll. Was ist der Unterschied? Also bevor er starb, war er immer noch Eotas, so wie ihn die meisten meiner Brüder kennen. Eotas verkörperte einen Menschen und als jeder Mensch in Stücke gerissen wurde, glaubten wir alle, dass Eotas gestorben wäre. Ja, das war weit, wenn. Um Eddas Lebensspiel spielt der schwache Anflug eines Lächels. Und ich denke, dass ein Teil von ihm es auch getan hat, der Teil, den am engsten ins Leben der Fleisch gewebt hat, der Teil, der das Leben verkörperte und die Wiedergeburt nach dem Tod. Jener Teil also, der überlebt haben könnte, der durch die Meere des Todesfeuers stürmte, war die Seite, die mehr die Trennung, die Verwesung und den Verfall darstellt. Das, was der Tod ist. Erzähle mir von Eotas bis zu und während dem Krieg des Heiligen. Eotas verkörperte St. Weidwyn, aber während des Krieges wurde er in Stücke gerissen. Das ist so bei menschlichen Körpern. Früher oder später müssen sie alle sterben. Als Gott der Wiedergeburt wird Eotas natürlich zurückkommen, aber wo ich mich in den Ansichten meiner Familie und meiner Hohenpriester unterscheide, ist, dass ich die Vergötterung des Gauns studiert habe. Und ich weiß gut Bescheid über die Schattenseiten, über den Sturz nach unten, den Todeszeit des Lebenszyklus, Trennung, Verwesung, neues Wachsen. Was vor ist, kann ich wieder sein. Was zurückkommt, ist verändert. Immer. Auch wenn das, was zurückkommt, ein Gott ist. Ja, das ist auch die Sache mit den Wiedergeburten. In mir stecken auch allerhand Erinnerungen drin, vom verschiedenen Leben. Was hältst du von Eotas Taten nach dem Krieg des Heiligen? Dann meinst du Gaun. Sicher, vielleicht hört mein Gott auch noch auf Eotas, aber warum nicht? Aber Eotas ist gestorben und der Tod fordert Veränderung. Er ist nicht, was er einst war. Nicht ganz genau so. Deswegen denke ich, dass sein anderer Aspekt, seine Dunkelheit im Licht, gerade stärker in ihm brennt. Nehmen wir von was anderen. Kein Grund, um den heißen Brei herumzuhören. Ich höre zu. Das ist im Augenblick alles. Es wird Zeit, dass ich mich um die Sohne nach den verlorenen Seelen kümmere. Sie nickt. Ja, da hat sich nicht viel geändert. Tja, und hier wäre Ilari. Kann ich dich überzeugen, brav zu sein noch? Vorsicht, ein unüberlegter Schritt und du seufst hier ab, Amiko. Die Hand des jungen Elfen schließt sich um den Griff der Pistolen in seinem Gürtel. Der Schatten eines höhnischen Grinsens huscht über seine Lippen. Er beobachtet dich ohne zu blinzeln. Was machst du hier? Kossi, das hier ist meine Straße. Da ändert auch ein bisschen Regen nichts. Diese Sturmsprechlerin hat keine Gedanken an diesen Ort hier verschwendet, oder? Er tritt ins Wasser, dass es nur so platscht. Ich und meine Bande, wir sorgen hier für Ordnung und Unke, die wir wollen bezahlen dafür. Nichts mehr hier außer dem, was sie zurückgelassen haben. Savi hat mich geschickt. Du musst die Plünderung beenden. Ilari schnaubt und rüpft die Nase. Er beitrachtet dich einen weiteren Moment lang in erwartungsvoller Stille. Da wirft er den Koch zurück und lacht laut und unangenehm. Meala, sie muss wirklich verzweifelt sein und nicht verzweifelt genug, um selbst herzukommen und auf den Knie zu betteln, aber sie hat dich geschickt. Nein, das ist meine Antwort. Ich mache meinen Schnitt. Es gibt keinen Grund, das zu beenden. Wenn du dir diesmal hilfst, schuldet Savi, wie er dir warst. Betrachte es als Lohn für den Schutz der Goresi-Straße. Vielleicht bekommst du noch einen Schnitt. Ich habe es mir anders überlegt, ich komme später wieder. Betrachte es als Lohn für den Schutz. Ilaris Blick fällt auf die Münze in deiner Hand. Er fährt sich mit der Zunge über die Zähne und sieht sich übertrieben auffällig um. Das war aber nicht so gemeint, dass ich Geld verliere. Du hast 40 Kupfer verloren. Gib mir das. Ilaris Schnaub verzieht den Mutzer im selbstgefährten Grinsen und steckt die Münzen ein. Sag Savi, dass das nur vorübergehend ist. Sobald sich das Wasser verziehen und alles wieder normal ist, sind wir fertig. Ich werde es weiter sagen, in der Goresi-Straße regiert nun das Gesetz. So, dann können wir noch schnell weiterreisen nach Setussi. Und dort werden wir speichern. Dass ich nicht jetzt gleich hier speichere und da gleich laden muss, weil ich das Gebiet verlasse in der nächsten Aufnahmesession. So, das hier scheint nicht mal sehr groß zu sein. Gut, das heißt, wir speichern hier. Das ist jetzt dann LP 002. 2. Speichern. Wenn ich reingucke, ist es auch LP 002 hier oben und nicht hier unten oder in einem neuen Spielstand. Gut. Das heißt, jetzt gibt es einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis dann.